Ja, wahrscheinlich kann man ihn nicht so leicht getroffen, aber... Oh, schießt, schießt! Ja, ihr Wurmer könnt nicht mal... Ich bin hier wieder in der Stirn... So, da hinten ein Wurm! Lass mich gerade! Ich kann gerade nicht! Und ich seh nichts, ich seh nichts! Nein, nicht den! Wenn ich ihn sehen würde, wäre das echt toll! Na, endlich! Und man kriegt nur eine mickrige Rose dafür? Haben Engel auch so viel Ärger? Wahrscheinlich! Uns wäre das ja langweilig! Oh, ist das gemein! Oh Gott, die Fische! Und ich werde jetzt sterben, weil der... Weil das blöde Seepferdchen... ...nicht nachkommt! Ist das fies! Ist das fies! Das fies! Das fies! Das fies! Ist da langsam! Okay! Dann bleib ich schön hier, bis der aufgeladen hat! Immer schön das Seepferdchen im Auge behalten! Nicht, dass der mich dann doch hier im Stich lässt und ich deswegen verrecke! Okay, ich muss hier raus! Okay! Ah! Ah! Oh Gott! Ah! 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 B! Ah! Mach schneller! Genau deswegen solltest du... Hm... Muss ich von ganz vorne... Nein... Gut... ...und hängen geblieben! ...und hängen geblieben! Wie viele Rosen habe ich denn noch? Nein... Okay... Ehh! Ehh! Warum bist du auf einmal so f... ...schnell! Ah! Ich sehe nichts! Mist! Kamera scheiße hier dreht! Warum war das Vieh auf einmal so schnell? Aber ich habe doch... Ja, ich werde jetzt eh sterben! Warte doch! Die Plattform ist nicht da! Hä? Hä? Ja... Das verstehe ich jetzt nicht! Ist die... Ist die gerade einfach abgesoffen? Das war doch vorher nicht so... G Agora... Ehh... Habe ich irgendwas verpasst? Ich check's grad einfach nicht. Wieso denn die... Warum die Plattform auf einmal absaufen, versteh ich nicht. Nein. Oh Gott. Die Flasche ist mir jetzt egal, das macht mir Angst. Ah! Ich bin noch drauf gelandet, warum hat der mich nicht hochgeworfen? Oh Gott. Ich hab keine Lust mehr, ich hab grad echt keinen Bock mehr auf den Dreck hier. Weil dann auf einmal gehen die Plattformen flöten. Dann ist... Wer weiß was kaputt. Dann... Ups. Dann springen die plötzlich vorher, wo sie nicht gesprungen sind. Oh, ich bin froh, dass ich hier raus bin. Wat ein Dreck. So ist's recht, Dern. Zurück zum Schiff mit mir. Dern, was ist denn Dern? Oh, das hat mich jetzt echt auf... Danke dir, Alice. Sei so gut zu dir, wie du zu uns warst. Holt den Anker ein und dreht bei, Männer. Wir steuern gern hohe und gelohreiche See. Das fand ich grad nicht in Ordnung. Und die Haie waren ja wohl auch überflüssig. Die haben ja Angst gemacht. Ich glaub da hinten ist ein Schlüsselloch, ne? Ja. Nehmen wir das mal mit. Boah, war das fies. Das mit dem Seefelschen fand ich echt gemein. Und ganz ehrlich, ich stell mir ja immer vor, äh... Ich spiele ja nur normal. Ich spiele nicht Albtraum. Und jetzt stell sich mal bitte einer vor, ich würde Albtraum spielen. Das, das, das wär ja... Äh... Da hätte man definitiv was zu lachen. Ich würd ja alle zwei Meter, äh, sterben. Ich mein, ich sterb jetzt schon alle fünf Meter. Aber da würde ich ja quasi keinen Schritt mehr tun können. Ist hier irgendwo eine Schweineschnauze? Ich guck einfach mal provisorisch. Weil ein paar fehlen mir doch noch. Oh, eine Erinnerung. Boah, ist die schnell! Boah, ist die Plattform schnell! Ah, natürlich von ganz von Anfang an. War ja so klar. Boah, ist die Plattform schnell! Boah, ist die Plattform schnell! Ah! Naja, das kann dauern. An sich sieht man die Dinger ja ganz grün, ganz gut, weil man ganz grün, das ist klar, ganz grün. Weil da ja so ein bisschen Blütenblätter sind, aber... Das Ding da ist schon echt schnell. Wie soll das denn gehen? Ah, nein, ich hab vergessen den Knopf loszulassen! Oh Gott, wie blöd kann man sein? Naja, es ist nicht schwer, wenn man Hannah heißt, aber... Oh Mann! Und nein, das ist jetzt kein Diss für andere Leute, die Hannah heißen. Weil, so wie ich geschrieben werde, so schreibt man ja andere nicht. Deswegen schreibt man mich auch dauernd falsch. Nein, ganz ehrlich, die Leute, auch wenn ich irgendein Spiel spiele, ja, also was weiß ich. Ich hab ja jetzt wieder WoW angefangen. Großer Fehler. Boah, was ich mich aufrege. An den Bugs und Lacks und... Oh, dass Blizzard das einfach nicht hinbekommt. Jetzt mal ganz ehrlich, die haben so viele Addons jetzt rausgebracht und jedes Mal der gleiche Schmuh. Jetzt beim neuen Addon, es funktioniert wieder gar nichts. Es leckt überall, es zickt, es macht, es tut. Und was ist? Ah! Oh Gott, wie hab ich das denn gemacht? Aber gut, nicht beschwerend, nur machen. Wer eine Seele zerstört, zerstört eine ganze Welt. Darin liegt viel Weisheit, Alice. Es gibt nichts Grausameres, als eine Seele zu zerstören. Nichts ist wertvoller als eine Seele. Das sieht man gerade bei Kindern. Naja, aber jedenfalls Blizzard. Das regt mich so auf. Das regt mich so auf. Es gibt's einfach nicht. Ich hab heute eine halbe Stunde gebraucht. Eine halbe Stunde, um mich einzuloggen. Weil permanent... Weil der hat mir ja nicht mal den Battle.net Client aufgemacht. Weil ich so dachte, verarscht ihr mich? Ihr Naps. Kriegt ihr überhaupt einen hin? Ich mein, ein paar neue Sachen sind zwar ganz nett gemacht. Dieses Garnisons-Unsinn-Zeug finde ich ja ganz süß. Aber das rechtfertigt noch lange nicht die ganzen Bugs. Letztendlich, die sind die Spieleentwickler. Die sind die Spieleentwickler. Die müssen doch einschätzen können, ob ein Spiel fähig für den Markt ist oder nicht. Ah, ich konnte ja bremsen. Und die bestimmen doch, wann es rauskommt. Also sollen sie doch gefälligst nicht das Spiel so früh rausbringen, wenn es noch nicht fertig ist. Und ich zähle, äh, so... Hilfe, Hilfe, Hilfe! Oh Gott. Und ich zähle, äh, Dinge wie Bugs definitiv in die Kategorie nicht fertig. So einfach ist das. Hier kommt doch gleich ein Kampf. Natürlich kommt hier ein Kampf. will. Wir lassen uns falsch. Das war glücklich.